Dein Hund bellt beim Alleinbleiben und du hast den Tipp bekommen, komme erst wieder, wenn dein Hund aufgehört hat zu bellen und du fragst dich, okay, mein Hund bellt jetzt aber schon seit einer Stunde, wann kann ich denn endlich wieder zurückgehen? Ich verrate dir in diesem Video, warum das Quatsch ist und wann du wirklich zurückkommen solltest. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Hund Alleine Lassen. Hier dreht es sich darum, deinen Hund entspannt alleine zu lassen und hier auf diesem Kanal bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Alleinbleiben beim Hund und auch was du tun kannst, wenn dein Hund bereits unter Trennungsstress leidet. Hi, ich bin Larissa, ich bin Bachelor der Humanpsychologie und Hundetrainerin und ich habe mich auf das entspannte Alleinbleiben beim Hund fokussiert, weil meine Hündin auch mal nicht alleine bleiben konnte und ich ganz genau weiß, in welcher Situation du gerade steckst und wie freiheitsberaubend das Thema ist. In diesem Video geht es darum, wann sollst du eigentlich zurückkommen, wenn dein Hund Trennungsstress hat, weil das ist eigentlich eine Frage, die man sich relativ zu Beginn stellt, weil man eigentlich super unsicher ist und nicht weiß, okay, ich habe hier den Tipp gelesen, ich soll zurückkommen, wenn mein Hund nicht mehr bellt, aber irgendwie funktioniert das nicht, weil mein Hund eigentlich praktisch die ganze Zeit bellt. So ging es mir damals und ich habe mich dann in Studien eingelesen, ich habe das Thema komplett erforscht und in diesem Video erzähle ich dir eben, wann wirklich der richtige Zeitpunkt ist, zurückzukommen. Lass uns aber erstmal schauen, warum dieser Tipp überhaupt so häufig gegeben wird, denn der Hintergedanke dahinter ist eigentlich logisch, bezieht sich aber nicht auf Trennungsstresshunde, weil da müssen wir das Thema ein bisschen anders betrachten. Wenn du jetzt einen Hund hast, einen Welpen zum Beispiel, der so ein bisschen austestet und einfach mal bellt, wenn du weggehst und ausprobiert, dass du wiederkommst, was total normal ist, was passieren kann, auch in diesem Fall würde ich es anders empfehlen, aber da kann es passieren, ohne dass es sofort Trennungsstress ist. Dann könnte der Hund assoziieren, wenn du in dem Moment zurückkommst, oh, Herrchen, Frauchen kommt zurück, wie cool, also muss ich einfach bellen und nächstes Mal bell ich wieder, dann kommen die bestimmt auch wieder. Das ist so dieser Hintergedanke, weil Hunde sehr, sehr gut im Assoziieren sind und dieser Gedanke ist auch richtig. Also da steckt schon eine vernünftige Logik hinter. Nur das Problem ist, dass Hunde, wie eben gesagt, Meister im Assoziieren sind. Und Hunde mit Trennungsstress, die leiden beim Alleinbleiben, ja, also die haben wirklich Stress, die haben Angst, die haben vielleicht sogar Panik, je nachdem, wie stark das ausgeprägt ist. Das heißt, je länger du sie dieser Panik aussetzt oder diesem Stress, desto mehr assoziieren sie natürlich auch das Alleinbleiben damit, weil sie merken, wow, das ist super schlimm, Herrchen, Frauchen sind weg, ich fühle mich total grottig, total schlecht, das ist was ganz Schlimmes, das Alleinbleiben. Und deshalb würde ich dir eben oder empfehle ich dir eben nicht zu warten, bis dein Hund aufgehört hat zu bellen. Ich empfehle dir aber auch grundsätzlich gar nicht abzuwarten, bis dein Hund ins Bellen kommt, weil dann ist dein Hund ja schon im Stress. Und das heißt, wenn dein Hund schon im Stress ist, dann hat er schon diese negative Erfahrung mit dem Alleinbleiben und verknüpft es auch weiterhin damit. Was empfehle ich dir also? Benutze erst einmal eine Kamera, ja. Eine Kamera ist die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Training, weil ohne Kamera siehst du nicht, was passiert. Ganz viele Hunde zeigen Stress schon, bevor sie ins Bellen kommen, ja. Da kommen dann Stressanzeichen wie Kratzen, wie Gähnen, wie vielleicht mal ein kleines kurzes Jaulen, was du nicht hörst, wenn du keine Kamera verwendest. Oder auch ein unruhiges Hin- und Herlaufen, ein ständiges Zur-Tür-Schauen, Mensch, wo bleibt Frauchen, wo bleibt Herrchen, ja. Das alles kannst du nur erkennen, wenn du mit einer Kamera arbeitest. Das heißt, besorg dir im ersten Step eine Kamera. Ich verlinke dir hier einige Kameras, die sind alle top, die ich verlinke, also kann ich alle weiterempfehlen. Die Preisrange reicht von um die 30, 35 Euro bis hoch zu 200 Euro. Da kannst du schauen, was du am liebsten möchtest. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, weil ich nutze selbst eine eher günstigere Kamera, die tun es völlig fürs Training. Also man braucht da keine großen abgefahrenen Zusatzfunktionen. Es reicht, wenn du deinen Hund sehen und hören kannst durch die Kamera. So, nun hast du eine Kamera und nun fängst du an, deinen Hund zu filmen. Ja, und du schaust mal, wann reagiert dein Hund eigentlich? Also wann wird dein Hund nervös, wenn du ihn verlässt? Ist das vielleicht sogar noch innerhalb der Wohnung? Das ist nämlich tatsächlich meistens der Fall, wenn du dich zum Beispiel auf den Weg zur Tür machst. Oder ist es tatsächlich erst, wenn du vor der Haustür stehst? Und dann passt du ab, wann du zurückkommst. Nämlich dann, wenn dein Hund noch neutral ist. Minimum neutral, optimalerweise ist natürlich entspannt. Ist er entspannt, aber Neutralität reicht uns auch vollkommen. Wir wollen nicht, dass der Hund schon da sitzt und denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, wann kommt sie wieder oder wann kommt er wieder? Sondern, dass der Hund wirklich neutral ist und mit der Situation gut klarkommt. Weil der große Vorteil, den du dann hast, ist, der Hund kann das Alleinbleiben auch damit verknüpfen. Du bringst deinem Hund so bei, das Alleinbleiben ist nichts Schlimmes. Weil du sorgst dafür, dass dein Hund sich sicher fühlt. Du sorgst dafür, dass dein Hund nicht in Stress gerät, sondern dass es ihm gut geht dabei. Und wenn dein Hund merkt, hey, ich bin alleine und mir geht es gerade gut, dann kann er das auch langfristig damit verknüpfen. Das bedarf natürlich ein bisschen Training und braucht auch seine Zeit. Aber da nimmst du diese Assoziation weg, Alleinbleiben gleich Stress. Also das ist wirklich ein riesen Game Changer im Training. Ich weiß, das Training dauert trotzdem lange. Keine Frage. Gerade wenn der Hund schon lange Erfahrungen mit Trennungsstress gemacht hat und immer wieder negative Momente hatte, dann dauert das eine Zeit, um das rauszubekommen. Das ist ganz klar. Aber das ist tatsächlich der Weg. Das ist der Weg, der funktionieren kann. Also, dass du wirklich Stress rausnimmst und dem Hund zeigst, hey, das ist nichts Schlimmes. Und da brauchst du nicht warten vor der Tür, bis dein Hund aufgehört hat zu bellen, weil wir lassen es gar nicht so weit kommen. Und um nochmal Bezug zu nehmen auf das, was ich am Anfang gesagt habe, das ist ja logisch. Und bei Hunden, die keinen Trennungsstress haben, kann man das so machen? Ja, kann man so machen? Aber auch da frage ich mich, wenn du jetzt einen Welpen hast, der drei, vier Monate alt ist, warum muss der überhaupt erstmal ins Bellen kommen? Da kannst du es genauso angehen. Da auch. Hol dir eine Kamera. Beobachte deinen Welpen, wenn du ihn verlässt. Geh erstmal nicht nach draußen, sondern beweg dich erstmal in der Wohnung von ihm weg. Und beobachte mal, läuft er dir vielleicht viel hinterher? Dann musst du da erstmal ansetzen. Oder kannst du dich schon ganz frei bewegen und vielleicht auch Richtung Haustür gehen. Und wenn du dann vor die Haustür gehst, gehst du für eine Sekunde raus, kommst direkt wieder rein zu deinem Welpen zurück, weil so lernt dein Welpe von Anfang an, hey, das ist gar nichts Schlimmes hier, das Alleinbleiben. Das gehört zum Alltag dazu. Also auch da empfehle ich, warte nicht, bis dein Hund erstmal bellt. Ja, warum sollen wir das unserem Hund antun? Warum sollen wir erstmal warten, bis der Hund in irgendeine Form von Stress gerät, wenn es auch anders geht? Deshalb als Fazit dieses Videos, Punkt eins, Kamera kaufen. Punkt zwei, Körpersprache des Hundes analysieren. Wirklich auf Stressanzeichen achten. Und da kannst du auch gerne mal im Alltag gucken, wie reagiert dein Hund so als erstes auf Stress? Häufig sind das ähnliche Zeichen, die sie da geben. Meine Hündin reagiert häufig mit Kratzen oder über die Schnauze lecken. Und drittens dann eben dein Hund ganz klar beobachten und rechtzeitig zurückkommen. Nämlich dann zurückkommen, wenn dein Hund noch minimum neutral ist, optimalerweise entspannt. Denn das, was wir am Ende haben wollen, ja, Neutralität bis Entspannung, das dürfen wir im Prozess auch fördern. Viel Spaß mit den Trainingsschritten. Schreib mir gerne als Kommentar hier runter, für welche Kamera du dich entschieden hast und ob du schon angefangen hast zu trainieren und wie eure Fortschritte sind. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal!